Ja hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Dieses Mal sende ich live aus dem niederländischen Flietburg der großen Map für den Omnibus Simulator 2011. Unser Bus ist ein MAN SD202 mit dem wunderschönen ZDF-Getriebe, das ihr euch immer wünscht. Und wir fahren und zwar einmal auf der Linie 24 von Flietburg-Sesum nach Station Ost-Terminus über Staspark. So, jetzt ist es mal ruhig im Kasten. So, wir fahren ohne Hilfsfeiler, ich kenne die Strecke schon in- und auswendig. Wir fahren in ca. 3 Minuten los, stelle ich schon mal das IBIS-Gerät ein. So, alles ist eingestellt. Super, wir haben das Licht einmal. Licht an. Zack, zack. So, in ca. 2,6 Minuten geht es los. Reales Wetter ist Amsterdam. Ganz neu auf dieser Karte sind, dass es neue Figuren gibt. Hier ist schon mal einen oder etwas anders gekleidet, der alte Busfahrer hier. Dann ist ein neues Zahlungsmittel gekommen, Euro. Fahrgäste sprechen auch niederländisch, so soll es sein. So, dann gehen wir erst mal in die Gangwahl-Taste D. Okay, das ist in die Feststellbremse. Nicht genug Druck drauf, hier auf dem Bus. So, die Fahrt wird ungefähr eine Stunde betragen. Mit dem Video zusammen, 70 Minuten, wenn man nicht so in Stau kommt. Also, die Karte ist wirklich sehr empfehlenswert. In drei Parts aufgeteilt. Also, die Karte ist in drei Teilen aufgeteilt. Jeweils auf den drei Parts sind einige Linien enthalten. Junge, die zwischen einer Fahrzeit von 20, 30 bis 60 Minuten betragen. H.S.R. eben aufs geschaltet, dann stört das nicht so, wenn man nicht anfahre. Die Polizei untersucht den nächsten Coffeeshop. Viel Spaß dabei! Die folgende Auto ist Polderweg. Handlangen sind auf niederländisch. Und auch gut zu verstehen. Die Fahrpläne sind auch sehr straff gehalten, also picknicken gibt es ja nichts. Und gleich. Und gleich. Ja, gleich wird besser sein. Bitte. Wie gut mit euch? Ja, ich bin da. 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 Wichtigen, bitte schön. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich wollte euch die Karte schon letzte Woche zeigen, aber das Headset spinnt total rum. Hab mir jetzt ein neues gekauft. Habts ja nicht mit dieses scheiss fieben im Hinterjund. Äh, kostet mich ein scheier, ne. Wir fahren schlecht, Passagiere aufsteigen, ja, das steigt doch aus, tschüss, doch noch ab. Geh weg. War wirklich wieder so scheiße, ey, meine Fresse. Ja, die haben immer was zu meckern hier. Ja, so ist das. Ja. Fahr. Ja, fahr jetzt, du scheiß, scheiß Hase, scheiß Idiot. Mein Gott, meine Gott. Echt bekloppt in der Bühne, war er ehrlich. Hallo. Hey, Gose. Ja, komm. Plagen, plagen, alle rein, sackig, zackig hier, ey. Ja, komm, plagen, plagen, alle rein, sackig, zackig hier, ey. Kommt an die Dachkaart. Jawohl. Danke schön. Danke. Kommt rein, könnt ihr raus gucken. Bedankt. 0,3 minuten, meine Gott. Kollege. Ich bin kein Niederländer. Ich muss noch ein bisschen hier zu schauen mit dem Platt Deutsch. Weil es geht noch ganz anders. Ja, das mag ich auch nicht. Zum Beispiel, dass die Fahrzeuge da durch die parkenden Autos fahren. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber es gibt Schlimmeres. Sag ich mir da immer. Na toll, jetzt hat der Bus sich bewegt. Jetzt bin ich auf ihn drauf gefahren. Wie viel Zeit kostet mich das wieder, ehrlich. Heute geht ja gar nichts hier. 3 minuten haben sie verloren, ja. Toll. Meine Gott. Komm du verfickte Framerate. Meine Güte. Entschuldigung. Diese Aufsuchsweide geht ja gar nicht. Ja, Gott sei Dank. Hi. Hoi. Oh, ein Buskart, als du liefst. Oh, oh, oh. Du gehst mir zu viel Wesselgeld. Ja, warte denn jetzt. Meine Gott. Bitte. Ja, manchmal hilft das auch, wenn die fremder in den Keller geht und du gerade nach Aufnahme machst. Und dann auf der Bus. Ja, klar. Na ja. Die nächste Auto ist Nürblom weg. Ja. Nürblom weg. Ja. Nürblom weg. Ja, hier zum Beispiel auch wieder auf 10 geht sie runter. Hallo. Hallo alter Mann. Hallo Kiffer. Guten Abend. Guten Abend. Und dann sehen wir uns. Ja, mit dem ZF Getriebe hab ich mir extra ausgesucht. Ich merke es da ausgesucht, da der Sound einfach gut ist und hier auch sehr drauf steht. Unsere Fahrt führt hier durch viele Nebenstraßen, Hauptstraßen, dann über die Zentralstation, am Europaplatz vorbei über TU Bas Station, dann nehmen wir durch die Altstadt die Autobahn zur Station Ost. Das ist eine interessante Fahrt, es wird viel zu sehen geben, mit mir natürlich wird es immer einen Eidenspaß machen. Hallo. Hallo. Enkel Rijf. Dankeschön. Das nervt Elis, es tut mir leid. Bitte. Ich will da nicht viel mehr reis. Ich finde es gut, dass neue Feijonen hier kommen sind, ehrlich. Die nächste Auto ist Spectrum. Die nächste Auto ist Spectrum. Ja, wir sehen. Das ist ein schmerkant. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hallo Nein, nein, Gott. Ja. Ja, so ist das, ne? So ist das Leben. Bewurfene Haute ist, Pavelan. Ja, so ist das Leben. 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 Ja. Ja, so ist das Leben. 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 Oberbrich Nach rechts fahren und links blinken, glaube ich, es hackt ja, aber ehrlich Stang keiner Wenn ja, hat er Pesciat Kann er den nächsten nehmen, kann er auf jeden warten Die nächste Auto ist Johan de Wittmann Ich glaube, der ist total besoffen, der Pesciat Wieder falsch eingestellt worden Die Hydro-RW-RK Tag Ja, ich weiß nicht Alphans, ich weiß Philipp Nächster, Flitburg ist schon De volgende Auto ist Statenland Oh nein Oh nein Gut, dann mach ich einen Dachkater als geblieft Danke Zackig rein, Mensch Rot gleich, grün gleich Zackig rein Das ist so cool, dass die Auto ist Das ist so cool, dass die Auto ist, oder nicht? Dann können wir wieder zu lange kommen Das ist immer ein Dachkater Das ist so cool, Mann Das ist so cool, Mann Das ist so cool, Mann Das ist so cool, wäre doch ASSIE Wunderbend Irgendeine komische Zugriffsverletzung, gerade zwei Meldungen Ich weiß auch nicht, woher sie kommen Kann ich leider nicht genau sagen, aber Ich hoffe die Bleiben es auch Wenn nicht, dann EGAL Genau Jetzt steigen sie natürlich noch raus, aber alle sind nicht ausgestiegen Nur ein paar Bekloppte Genau Jo, danke Er ist immer an der selben Stelle, ich weiß auch nicht warum Kinderland Nichts ist ihr frei D querer Dürfen Das ist los Oh 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 links ist sie frei rechts oben los stehen es ist kaputt Hallo 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 Der nächste Auto ist Banstraat. 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 Ja, das Hopen macht dich manchmal echt nervös. Da denkst du, da fährt ja einer rein oder fährt von links? Kollege, 26er. Ja, aber die Zugriffshall ist und passiert immer an derselben Stelle. Also, ich weiß nicht, was da ist. Ich will mich aber damit gar nicht mit beschäftigen. Gibt es Besseres zu tun. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Die Wettbeer hat immer das selbe. Doch, Gart, au geblieb. Die mir vielleicht passen geben können. Thanks, danke. Die folgende Hälfte ist für die Schweigermann. Für die Straße getrennt. Getrennt und ein Fluss. Ändert so ein bisschen an Amsterdam. Die Karte ist übrigens rein fiktiv. Zeigt aber, wie es in den Niederlanden aussehen könnte. Irgendwo in den Südniederlanden. doch, dass ich sie in den Niederlanden finde. Die schweig sind als Schwestern. Und der schweig sind die Fluss. Ich kann die Fluss. Ich würde es anrekenen. Ja, nimm einen anderen Bus, wenn ihr schlecht geht. Mir war schlecht im Busen. Guten Tag. Es ist mein Mann Dottcar. Hallo. Hola. Tagesschann. Hallo. Ey, du hast du versucht, hey. Du hast du nicht, ich bin mir gemacht. Ich habe es nicht all, Dr. Lord. Ich habe es nicht so, dass du hier bist. Ja, das ist ein schlechtes Fahrrad. Meine, Gott. Der nächste Auto ist Centraal Station. Das Schlimmste ist die Rückfahrt, da geht ja noch. Die Gatte ist auch sehr abwechslungsreich gestaltet, kann ich nur Ihnen empfehlen, freue ich Ihnen um Sie anderen empfohlen, mir. Sind wir hier noch drei Minuten Pause oder so, wenn man das einfügen könnte? Ich finde, ich mache es sehr abwechslungsreich. Ich finde, an den Endhaltsstellen hast du fast keine Pause, das mag ich nicht so. Also so fünf Minuten Pause sollte man schon da sein. Danke. Danke schön. Danke schön. Die nächste Auto ist Europa Klein. So ist es und so ist es. Jetzt waren wir bei dem großen Europaplatz mit großen Häusern und auch mit europäischen Flaggen, die aber leider sich nicht mitbewegen, aber macht nichts. Man muss sagen, da die Karte auch sehr groß ist, muss man sagen, die ist auch sehr ressourcenschonend. Also ich habe schon mehrere Karten getestet und die waren noch nie mal so groß wie die und da kamen schon weiße Objekte. Und da muss man schon wirklich den Hut ziehen davor. Also übrigens noch zur Sache, dass der Bauer ist. Der hat übrigens, der Bauer heißt Mr. Drive, der hat übrigens auch die Spandau Extreme Serie gemacht. Part 1, 2 und 3 erinnert ihr euch. Letztes Jahr habe ich Videos davon gemacht. Das vollkreiste war Teil 3, 236. Ich bin auch froh, dass dieses Headset super funktioniert für 20 Euro von Sennheiser. Aber da gibt es nicht mehr das Fiepen, das ging mir nicht so auf den Sack und euch auf. Gott sei Dank. Hallo. Guten Tag. Abend. Was ist denn Abend? Junge Frau. шие die Arbeit liefert die dir auch besser mit 3F. Die folgenden Autos werden Dr. tail problematic haben. Ich bin ganz so gut Verspätung auch wohl mit dem Bus. Nicht, ist aber ehrlich, ohne Flaks. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Hallo. Hallo. Ja, danke. Wie geht's hier? Alles zu blieb. Ja. Ich bin sehr dankbar. Wie geht's hier? Was ist das? Ja. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich da drüber hier fahren bin, ohne zu gucken. Völlig aufpassen. Ah so, das war's. Unser Bus hat übrigens ein... Upsala. Immer noch in der F4-Ansicht. Ein sogenanntes Arrival Repaint. Ist gut besetzt der Bus. Muss man da auf passender Bezug? Dürfen wir mal in den Helmholtz? 21, nach Zentralen. 5 Minuten, die holen wir auf der Autobahn raus. Wenn wir die noch mehr kriegen. Na. Was ist das? So, kommt rein, meine Schätzekes. Hallo, danke schön. Meine Geldeintreiber. Meine Gelbgeber. Bitte schön. Sprechen kannst du mir auch, Kind? Ich weiß nicht, aber wenn ich so aussehe. Jawohl. Bitte schön. Danke. Markt weg. Markt weg. Markt weg. Hm. Gegen. In die andere Richtung, selber Linie. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Guten Abend. Fünf Minuten, Junge. Hab ich doch nicht so viel Verspätung. Bitte. Auch der Drucker ist ein bisschen angepasst hier. Der Geldwechler. Das, äh, ich will nicht dafür erzählen. Da sollte man ein Backup vorher machen. Damit man auch, wenn man wieder mit D-Mark fährt, anpassen kann. Die nächste Richtung. Der Geldwechler. Der Geldwechler. Der Geldwechler. Guten Abend. Guten Abend. Mann, ich bin immer zu late. Ich habe auch so wenig Zeit um in mein Werk zu kommen. Danke. Bitte schön. Hallo, hallo. Danke. Dank you guys. Hallo, danke. 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 Ich bin immer so wenig Zeit um in mein Werk zu kommen. Na mon elmig. Der nächste Auto ist Prinsenhof. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich bineren Tag im Baugeles. Die nächste Halte ist noch weg. Ik wil graag een dagkaart. Hallo. Goedenavond. Gebruik in der Houtkais parazonier. Jetzt haben wir gleich hier auf Straßenbahngleisen ein Stückchen. Gebruik in der Houtkais parazonier. Hallo. 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 Heel. Hey, gozer. Dankjewel. Nouja, ik ga ze vandaag in trippen. Weet je wel. Dus doe mij maar een dagkaartje. Binnen. Ja. Hey, did you been to the moon in back before you got here? It's a little bit late. Ik ben te laat. Altijd hetzelfde. En dit is er niet bezig. Gratkan toch? Noemen zeer. Noemen zeer. Tichaam. Tjaam. Tak. Tjaam. 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 Die nächste Halte ist Baleinstuinen. Die nächste Halte ist Baleinstuinen. Die nächste Halte ist Baleinstuinen. Da war aber knapp, du meine Güte, du. Da wurde ich aber wach. Ganz verglauben. Hallo. Hey, ich kenne dich doch immer her. 15 GG. Blödsinn, Schitter. Die nächste Halte ist Kerklaan. Die nächste Halte ist Kerklaan. Na, wie viel haben sie jetzt verloren? Oh, oh. 17 Minuten Verspätung. Die nächste Halte ist TUW-Station Megastorys. Was immer, wenn du auf dem Auto knallst oder da gleich Zugriffsverletzung kommst, verstehe ich gar nicht. Das waren ja 17 Minuten, ey. Wo der Penner auch halten musste. Na, egal. Das waren ja 17 Minuten, wenn du auf dem Auto knallst. Ja, mach endlich die Tür zu, meine Gott. Ist ja ja ein Kieker, 17 Minuten schon. Tür zu. Sau, die Füße. Auf dem Bobo. Schlimm. Die nächste Halte ist Venuella. Bitte nicht nachmachen. Danke. Danke. Hö. Ein Stückchen Brötchen, das wäre doch immer gut, doch, ey. Mit Knoblauch und dem... Pass schon, im Dahlhof, nichts geht da drüber rum. Aber da geht nichts so, ey. Na, Pause habe ich eh nicht an der Hinterhaltestelle, kannst du aber vergessen, so. Naja... 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 Verspätung! Wo ist das? Wo ist das? Jetzt auf die Altstadt. Hier. Die Altstadt ist Piet-Heinstraat. Die Altstadt ist Piet-Heinstraat. Die Altstadt ist Piet-Heinstraat. Die Altstadt ist in der Mitte! Sollte Da hinten war der andere. Ich bin verspätet. Kein Einstieg hier, danke. Wenn Sie nicht lesen können, welche habt. Echt, ey. Lauf zum Lesen. Lesen und verstehen, heißt das. De volgende Halte ist, Sie halten Platz. Ja, 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 so ist der Fußfahren hier, ne? Anstrengend und hart. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die volgende Halte is, Amirah, de Rijksstraat. Ja, ist doch grün, Menschenskinder. Ja. De volgende halte is Randwijkplein. It's now it's a autobahn, for a gift geist. It's a little bit late. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Verehrte Fargeste, bitte anschnallen, danke Untertitelung des ZDF, 2020 De volgende halte is Zeelandplein Darum fahren wir gleich, machen so eine gesonderte Kehrschleife Darum fahren wir gleich, bitte anschnallen, danke Rundfunk Da oben wieder die Autobahn, eine wunderschöne Gegend hier, oder? Sobald hier auch mal weggekonzentrieren. Ja, ich bin auch verploppt, ins Wiege, bitte umkommen. De volgende auto is Vlietbrugkade. Oh, danke schön, hallo, 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 hallo. Oh, danke schön, passen, das ist immer gut hier. Besser geht's ehrlich nicht. Wir nehmen uns langsam die Mände der Fahrt. So, mein Fahrstation dann ist, nach langer, ereignisreicher Fahrt, die Station ist erreicht. De volgende auto is Södroland nahm. Ich hoffe, ihr habt nicht bei der Fahrt gekotzt, oder musstet euch übergehen bei meinem Fahrstil. Ihr kennt mich ja. Als nächstes Video gibt es dann mal wieder das von Railwalks, die Strecke Hamburg-Bremen mit der Baureihe 320. Tempo 200. Ich bin hier aber auch nicht so. Ich bin hier aber auch nicht so. Shane, ich bin hier bitte smart. Ich bin hier gut gebraut. Ich bin hier dran. Das ist Folger, ich bin dort ja. Das istно. Das ist's guter. Ngher l Borsten. Die Führung der Autos ist Hochschule in der Land. So, wir sind schon hier an der Station Hochschule und noch zwei Stationen, dann ist es erreicht. Unser Bus. Schöner Himmel, oder? Schöner Himmel. 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 Norddeutscher Rundfunk 2021 Nächste Station, Station Ost Bus terminates hier, road change please Dieser Bus endet hier, bitte alle aussteigen Vielen Dank für Ihre Fahrt mit der Friedbrücker Verkehrsgesellschaft So meine lieben Freunde des OMSI, Gönnens und Fahrens Wir erreichen die Endstation nach 70-minütiger verspäteter Fahrt Wir hoffen die Fahrt hat euch allen gefallen Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit an Bord seid Bis dahin, euer Busfahrer und Let's Player Philipp oder Let's Checker Wir waren überall zu spät, leider So, das war unser Bus, unser MAN ST202 D92 mit ZF-Getriebe Tschüss und auch wieder schauen Hiermit verabschiede ich mich live aus Flietburg